Ja, willkommen zurück zu Shadow of the Comet. In der letzten Folge haben wir tüchtig aufgeräumt, hier im örtlichen Illsmith. Und Mr. Underwood hat uns zuletzt eine Nachricht gegeben, dass er etwas daraus gefunden hat und dass wir schnell zu ihm kommen sollen. Das machen wir jetzt, aber gucken wir erst noch mal ins Notizbuch. Vanished for all time, I hope. I am worried in spite of my progress. Have the great ancients rarely been thwarted? Na, warum müssen wir rausfinden? Also kommen wir jetzt mal raus. Good evening. Bless my soul, it's you, Mr. Parker. You gave me quite a turn. Have you heard what happened last night? Dr. Carwell told me all about it this morning. What a carry-on. I'm still under shock. Such screams. I don't suppose you've seen my niece. I'm afraid I haven't, no. That little flibbertigibbit is up to Lord only knows what kind of mischief. I'm so worried. You really should pay us a visit, you know. Gloria would be most touched. That won't be possible today, I'm afraid. Ah, well, no matter. Goodbye, Mr. Parker. So, it's a post summer, come. Good day. Is Mr. Underhouse here? Good day, ma'am. Oh, forgive me. With all these goings-on, I'm quite flustered. Mr. Underhouse is expecting you. Ah, Mr. Parker, I was looking for you. I want some explanations about last night. Okay. I'm all yours. If you'd care to come to Mr. Underhouse's apartment, let's go. Hello, Mr. Underhouse. Sorry for bothering you. You wanted to talk to me somewhere where we wouldn't be overheard. Be my guests, gentlemen. Okay. Now, where were you last night, Parker? Well... Sergeant, we spent the evening together. If you want more precise details, we talked about Indians. You're sure about that, Mr. Underhouse? Yesterday, I gave my key to Mr. Parker. We talked until three o'clock in the morning. By the way, we noticed something unusual. We saw Zeke hanging around Coldstone's place. That must have been about midnight. Zeke? My informer? So he tried to trick me. He's the brains behind this whole plot? I'm really sorry, Mr. Parker. That Zeke is going to pay for this. I'm telling you. Pizza. You did me a very great favor. You must act quickly. Bags will eventually realize that Zeke is not the mastermind he imagines him to be. Tonight is the night of the comet. Narachimus must not be allowed to intervene. His power is considerable. What can be done? An old friend of mine lives in the forest. He's an Indian called Natawanga. He left me this in case of... It was before my accident. To fight the sorcerer, you will need to find the sacred bow and arrow. They belong to the youngest. His accursed family lives from the sea. The bow is hidden where the fire lives. The feather on the wood will fly towards me. I don't understand. The feather belongs to Indian tradition. As for the bow and arrow, you'll have to find them. Well, I'll do my best. Where does this Narachimus live? Natawanga will tell you. Be on your way. And don't forget my photo of the stone circle. I won't. Mal sehen, ob ich das machen kann. Also, vom jüngsten der Fischerei. Jetzt gehen wir zur Fischerei. Mal sehen, ob ich die erfinde. Taverne, Friedhof. Aber irgendwie hier unten. General Store, Taverne, Apotheke. Ah, Mr. Parker. Did you see it? How incredible Jonas House and Flames. The mayor's dead. Not to mention Jugg. Banks is quite upset. He wants to see you, by the way. Yes, so I've heard. Well, do you want something? No, I just thought I'd drop by to say hello. How kind are you. Well, see you soon. See you soon. You're going to see Curtis. Something tells me he's not at home. Oh? I went to see him. See if he needed anything. I knocked on the door. No answer. He's probably a heavy sleeper, that's all? His door is locked, and that's very unusual. He could be at his old friend Greenwood's. I'd sure like to know where he is. With all the strange happenings, I'm kind of worried. Goodbye, Mr. Parker. Bye. A stick. There's a padlock inside. A padlock inside. A padlock. Now I have the padlock. A padlock inside. This brooch is rather fragile. The pin is unstuck. The pin is missing. Ah, I saw something in the needle. Ha. Very good. Here we go. Ah, I saw something in the middle of the barrel, to surprise the poor fellow. Ah, cool. There was something in the middle of the barrel. Oh, I saw. This must be the bow under house mentioned. Okay. Ach so, we have to take it or not. So. Gibt's hier sonst noch was? Gut, grieve. Curtis wasn't given a chance. And there, moccasin tracks. Gut, grieve. There, on the table. A gash made by a knife. Is this here, is this what? There, on the table. This arrow really was cleverly hidden. Okay. Haben wir die auch. So, also haben wir jetzt Brokeman-Pfeil. Und die Fehler haben wir auch. Wir versuchen jetzt zum Wald zu gehen. Ein Hund, den gibt's ja immer noch. So, ich kann jetzt vielleicht mit der Karte. Ich kann ja auch das Foto machen von der Karte. Ach nee, hier komm ich ja nicht mehr hoch, ne? Tja, wir sehen aber den Indianer hier irgendwo finden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh. Hello. Is there anybody there? What do you want? Underhouse sent me. I need help. I must kill Narakimus. You found me. Do you have the sacred bow and arrow? Here they are. Good. But first, I must be sure that you are ready. Tell me the name of Narakimuses tribe. What is the name of the tribe Narakimus belongs to? War das nicht the Micmacs? The Micmacs? What is the name of he who howls in the night? Yogg-Sothoth. In what year did Boleskine see the comet? 1834. What shape is this sign of the four families? A star. And what is the creature that erupts from the depths of the sea at night? Dagon. You have answered well. What do you know of Narakimus? He is a very powerful wizard. He is said to be almost immortal. Ha ha ha. You know many things. And few things. You have willpower and courage. That is important. Where can I find him? At Illsmouth, an eye is open. It is set deep in the earth. All day, that is where Narakimus sleeps. Will the task be easy? Do not think that. He is awake now. His power is great. Only the fire you will bring forth from the earth can help. Use it in the demon's home. It will protect you. Thank you. Now you must set out. The turquoise sun is already in the sky. Soon, night will fall. Prepare to leave the world you know. You will go where nothing of your world has meaning. Will I die? You may, but if you succeed, you must scatter the comet's shadow. This ring will help you. Find its stone. If you need an object for your quest, have it with you before the time of testing. I will be with you in your ordeal. Okay. Jetzt haben wir einen Farbtopf dazu gekriegt, ne? Und den Ring von Natawanga. Vielleicht packen wir noch die Fotoplatten aus? Nee, kann ich gerade nicht. Hm, lesen wir noch mal hier? Nee, auch nicht. Gut, dann gehen wir mal aus dem Wald raus. Okay, schauen wir uns im Örtchen mal ein bisschen um. Hey, du. Der ist ein bisschen schneller als ich. Zumindest wenn ich stehen bleibe, als er immer hingeht. Hm, weg. Ich glaube, er ist nur so ein bisschen als Hintergrund. Gehen wir mal in die Apotheke. Guten Tag. Hallo, Herr Parker. Hörst du das? Vaglich. Well, you must be a very heavy sleeper. What can I do for you? Well, it's... You see, I... It's not easy. Why, Mr. Parker, whatever is the matter? You're all flush. Yes, well, it's rather hot, don't you find? My goodness, I really must be on my way. Goodbye. Okay. Tschüss. I really don't have a moment to spare you, Mr. Parker. Na, mit dir kann man gar nicht mehr sprechen. Also, was. Ich wollte hier immer noch die Leute noch ein bisschen erkunden. Na gut. Dann gehen wir weiter. What are you drinking, Mr. Parker? One beer. That's one dollar. Hm. Nerd. Jetzt sind wir frisch gestärkt, und jetzt gehen wir weiter. Suchen. Gehen wir noch mal ins Geschäft, vielleicht? Do you want something? Anything new to offer? I have some delivery problems with the roads being blocked. Well, goodbye and see you soon, Mr. Meyer. Gut. So, jetzt haben wir jetzt. Gucken wir noch mal ins Inventar. Wir haben Bogenpfeil und Farbtauf und magische Riten und den Ring vom Nataranga. Und natürlich... Und natürlich... Das Auge, das sind die Erde tauchst. Das Auge, das in die Erde tauchst. Okay. Nennen wir es einfach Brunnen. This will is about as dank as you can get. I'll get down. Okay. Okay. So, was haben wir denn im Inventar? Jetzt hat sich das Wasser beruhigt und wir können weitergehen, sehr gut. Was ist das? Leerer Kanister, naja. Kann man immer gebrauchen. Säurekanister. Teerkanister. Hydroglycerin, wenn wir das in der Hand nehmen. Na, wir haben ja gespeichert. Dürfen wir uns noch nicht zu gefährlich gewesen. Oh fuck! Ich wollte es noch mal sehen. So, dann lassen wir es nitroglycerin stehen. Zwei Feuersteine. Was ist denn das hier? Okay. Okay. Gehen wir hier weiter. Da ist er doch, der Gute. Ah. Okay. Soll nicht. So, was haben wir im Inventar? Säure. So, jetzt gucken wir mal nach. Ach, das war... Nafta-Kanister. Okay. Das ist Nafta. 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 Nafta! Jetzt musst du das gleich noch anziehen. Dann haben wir die Feuersteine. Es ist sinnvoll, zu resistieren, Nurakimus. So, und jetzt müssen wir den wahrscheinlich entbogen, oder? Das ist für Jug. Sag Hallo zu Satan für mich! Okay. Okay, also brauchen wir jetzt ein Boot, was ist das? Türkis. Was noch mehr? Aquamarine. Und dann ist noch was. Ein Schmetterling. Den haben wir auch mit. Ist da drüben wo was? Oder war das nur Grafik? Das ist nur ein Anzeigefehler, dieser Pixel, der da drüben blinkt. So, gut. Dann würde ich sagen, für heute haben wir zumindest den Indianer erwischt. Und beim nächsten Mal versuchen wir uns dann Dagon zu stillen. Heute sage ich Tschüss, macht's gut. Bis dann, euer Astronir. Tschüssi. somehow last wo ist mit einer Spoiler Hai. heute hash nicht